Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Nundinsag den 7.09.2021 und unser DAX ist zum Montag nicht rausgekommen, hat nicht, dass die Lücke im Gitter genutzt, die da gewesen war, um unten mal eben rauszukommen. Nein, er hat in die andere Richtung vorgearbeitet und damit die Chance nicht wahrgenommen. Wir haben ja drüber gesprochen, er muss da unten raus oder eben auch oben, er hat ja grundsätzlich beide Optionen offen, insbesondere im Target-Shot haben wir uns das genau angeguckt und gesagt, er muss halt wirklich auf einer Seite mal einen Fuß richtig raussetzen und dafür sollte er eben unter 7.30, um da hier Schwung reinzubringen, unter 7.30 sollte er weiter und so fort. Das hat man ja früh von Minute 1 angesehen, dass das erstmal nichts wird. Ich hoffe immer, dass ihr trotzdem, auch wenn ihr nicht bei uns die E-Mails noch bekommt, die Updates, dass ihr das trotzdem auch erkennt, ne, wenn ich sage, ich gehe davon aus, dass der Markt fällt und dass er unter 7.30 ist und ihr seht dann, erste Minute, der macht was komplett anderes, wie das, was Runde zu beschrieben ist, sondern er macht genau das, was wir beschrieben haben, von wegen, er kann ja auch wieder hoch Richtung 949, dass man dann auch entsprechend umschalten kann halt. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe heute 7.54, aber ich glaube, das erste Mail fertig gemacht habe ich schon reingeschrieben. Also Japaner 2% im Plus, Shanghai 2% im Plus, Hang Seng 1% im Plus, da haben wir gleich gesagt, also da erstmal Pause, Taste nach unten, das wird so nichts, das blockiert den nur, das stört den, das wird so nichts. Und dass man sich eher Richtung 8.50, 9.00, wenn ich gerade sogar 9.40 orientieren sollte, dann erwartet, dass mehr zum Feiertag erstmal nicht erreicht wird, zum US-Feiertag. Und das hat man dann auch nochmal bei 9.00 geschrieben, dass ich schon davon ausgehe, dass der jetzt 9.40 bis so 8.50 irgendwie sich noch ein bisschen rausläuft, einfach. Und bei 9.40 hat man dann auch gesagt, das reicht dann, 9.40 bis 9.65 von dort sollte er dann erstmal wieder eintreten. So, da ist er noch ein bisschen drin, aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass er jetzt natürlich, so wie er gestern die Vorlage unten, jetzt natürlich eine Vorlage oben bekommt. Es ist aber auch wie jeden Tag immer wieder, ich sage es auch immer, immer, immer wieder, und es ist auch wichtig, darauf zu achten und auch das zu hören und nicht bloß einseitig rauszulesen oder rauszuhören, was wir hier betonen. Es ist immer so, der Markt kann machen, was er will. Wir können ihm nur festlegen, wenn er das macht, dann hat er die Chancen bis dorthin, wenn er das macht, hat er die Chancen bis runter. So, nach dem Motto, ja, wenn er 37 nach unten bricht, dann kann er bis 600 gehen, aber wenn er es eben nicht macht, wenn er sich hochdrückt, dann eben wieder 949. Dann muss man auch umschalten im Kopf und einfach nehmen, was kommt halt. Also, ich weiß, da gibt es immer welche, die versuchen, mich da anzustellen kann, aber das zeigt mir einfach immer ein bisschen, dass das nicht vollends klar ist, was wir hier machen halt. Aber ich kann es auch nicht anders lösen, als das jeden Tag wieder zu formulieren. Wir machen das mittlerweile wirklich jeden Tag. Ich erwähne das jeden Tag immer wieder aufs Neue und kann das auch jetzt zum Dienstag nur tun. Das hat nichts damit zu tun, dass es schwammig klingen soll oder dass ich unsicher bin, ob es steigt. Na doch, genau das ist eigentlich der Kern, ne? Dieses Schwammige, was viele ausliegen, wenn ich sage, er kann hoch und er kann runter, das ist auch genau das, was uns in dem Markt eigentlich wiedergibt, ne? Das heißt, letztendlich bin ich jetzt hier nicht defensiv und sage, okay, pass mal auf, es kann Hü oder Hott passieren, sondern es ist einfach so, dass jeden Tag Hü oder Hott passiert. Ja, also der dreht und wendet sich momentan, wie er will. Und ich helfe euch damit nicht, wenn ich hier mich unten hinstelle und sage, ey, oben kann überhaupt nichts, der kann jetzt nicht mehr steigen. Geht all in Shorts, lasst ihn runterfallen, jetzt wird der DAX auf 15,55 fallen. Ich könnte auch solche Überschriften machen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich euch damit nicht helfe. Und deswegen setze ich mich hin und sage, okay, also, um unten weiterzukommen, muss er eben die Marke machen oder er geht halt wieder und dann läuft er wieder dahin. Und genauso gehen wir jetzt am Dienstag auch wieder vor, weil wir stecken noch in genau diesem selben Geschiebe wie die ganzen, ganzen, ganzen letzten Wochen. Und hier muss ich jetzt einfach sagen, drückt sich der DAX weiter oben raus, drückt es sich über 9,40, auch zum Dienstag hat er einfach die Chance, neue Eiszeit hochzusetzen. Und dann sind wir wieder mal bei einer 16,65, wieder mal bei einer 16,20, oft erwähnt, nie erreicht. Und er kann sogar auch eine 16,1,20 zum Dienstag erreichen. Wir können in den Tagesschat gleich reingucken, da sieht das schon fast ableitbar aus. Das wäre sogar fast etwas, was man favorisieren könnte zum Dienstag. Aber jetzt kommt dieses Aber, auf das man eben auch achten sollte. Sehen wir das nicht, sehen wir von Minute 1, dass der Kerl wieder nach unten treibt, dann geht der den kompletten Montag rückwärts wieder raus. Nicht, weil ich das schlecht analysiere, sondern weil er da einfach Lust zu hat. Und das kann ich nicht ändern. Das heißt, wir müssen von Minute 1 die Augen aufmachen, gucken, sehen wir ihn denn nach oben treiben. Dann kriegt er den auf neuen Hochs noch Futter rein. Kriegt er den Käufer motiviert, die neuen Hochs zu kaufen. Dann kann er weitergehen bis 16,20, dann kann er weitergehen bis 16,65 und 16,1,18. Wem das schwerfällt, das zu erkennen, der muss sich aus solchen Tagen einfach raushalten, weil das sind Schiebetage. Das ist keine eindeutige Trendlage, wo wir jeden Tag sagen können, okay, jetzt 100% oder 70% in die Richtung. Das ist jeden Tag, immer wieder. Er legt sich vor, er dreht sich um. Er legt sich vor, er dreht sich um. Aber irgendwann wird er auch rausgehen. Das heißt, wir haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Musterbruch, aber wir haben auf der anderen Seite eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für diese Fortsetzung von diesem Gezerrer. Und dann habe ich letztendlich nur 50,50. Und das von Tag zu Tag. Momentan, einfach weil keine Trendphase dominiert. Und das Einfachste ist, das zu akzeptieren. Und sich darauf einzulassen, dass der runter kann und dass er auch hoch an die RM16,1,20 kann. Das ist viel, viel, viel einfacher, wenn ich an einem Montag dastehe und sage, okay, ich gucke mal, was kommt. Wenn der nach oben pufft, dann gehe ich halt long mit. Wenn er sich unten unter die 37 schiebt, dann gehe ich short mit. Das ist das Einfachste, was ich machen kann in so einem Moment. Mich hinzustellen und zu sagen, oh, was für eine dreckige Analyse. Das sollte doch nach unten. Jetzt geht das nach oben. Oh, jetzt probiere ich hier short. Und der hat gesagt, das fällt und das ist verkehrt. Das hilft auch, glaube ich, nicht. Ich denke, das ist allen klar. Aber es gibt Einzelne, die das nicht verstehen. Deswegen da einfach nochmal kurz der Auswurf. Hilft vielleicht auch denen, die es verstanden haben, sich nochmal ein bisschen bestätigt zu fühlen. Also, Fakt ist, dreht er ein, denke ich, ist die 8,50 wieder Anlaufpunkt. Die ist die ganzen Monate, ganzen Wochen jetzt immer wieder Anlaufpunkt gewesen. Sollte die nicht halten, dann drückt er das Gap unten wieder zu. Und dann macht er wieder einmal zurück, so wie es die ganze Zeit gemacht hat. Das heißt, sehen wir unseren DAX runterzutreiben, sehen wir ihn unter 9,15, sehen wir unter 900, kriegt er eine Tendenz Richtung 8,50, machte die sogar noch zu, geht es zur 7,70. Das sind so die zwei Stationen, die ich unten sehe, oder ich sage mal drei Stationen, die 9,15, 9,100, dann die 8,50 und die 7,70, 7,80. Das sind die Stationen, die hier unten ablaufen können, wenn ihr sich runterdreht. Tut ihr das nicht, bleibt ihr hier oben. Drückt sich auf neue Hochs, 16,20, 16,65 und auch 16,1,20 erreichbar. Neuer Allzeithoch, würde ich mir an eurer Stelle ganz, ganz, ganz genau angucken. Wie kommt das? Wird da wieder eine rote Stundenkerze dahinter gepresst? Geht es auch von dort wieder zurück? Auch das ist wichtig. Kommt dort keine, bleibt er stabil, bleibt er ruhig und schiebt weiter. Hat er Platz ohne Ende. Kann 16,1,18, kann 16,2,30 erreichen. Amerikaner kommen jetzt aus dem langen Wochenende zurück. Die haben bestimmt ein bisschen Samenstau. Kann schon sein, dass die ein bisschen da was reinspritzen. Ja, also da muss man, da sollte man ein bisschen aufpassen. So, wir gucken nochmal an den Tagesschart. Hier sehen wir nichts verändert. Wir sind noch nicht raus. Wir haben jetzt mehrere Tage hintereinander gesagt. Also es riecht sehr danach, wie als will der Dachs hier ausbrechen. Wir haben gesagt, er hat noch kein Go gegeben. Er hat noch nicht bestätigt, dass er unten oder oben tatsächlich raus will. Er hat noch nicht bestätigt, dass er oben raus will. Er hat aber auch noch nicht bestätigt, dass er unten raus will. Jetzt ist er einfach wieder an die Oberseite ran gelaufen. Nichts passiert. Ja, kann auch wieder jetzt zurücklaufen. Dann würde das einfach nur ins Bild passen. Wäre einfach, ist kein neues Signal. Ist auch jetzt kein neues Signal. Aber man muss natürlich sagen, dass aus so einer Kerze, wenn er den oben raus drückt, er auch gut die Möglichkeit hat, nochmal so eine Kerze raus zu drücken. Und dann sehen wir schon, wenn wir die einfach mal hier so ein bisschen projizieren, dass dann schon durchaus Platz bis 16.120 da ist, wenn er oben richtig rausschiebt. Die Möglichkeit hat er. Ja, und deswegen würde ich einfach oberhalb von 1949, ja, oberhalb von 1949 würde ich mich eher auf der Oberseite orientieren. Ja, bis eben dort wieder harte roten Kerzen zurückkommen. Und solange die aber nicht kommen und er nur ruhig bleibt und höher drückt, dann kann er bis 16.120 und er kann auch bis 16.250 schon laufen. 16.230, 16.250, das ist ja hier oben dann nochmal so eine interessante Zone. Ja, also, ich denke, es ist eigentlich eine ziemlich klare Ausgangslage. Die ist es aber auch jetzt am Vortag schon gewesen. Auch wenn ich ihn unten raus gesehen hätte, kann man das trotzdem nutzen. Man erkennt es ab Minute 1 in der Regel. Die Tage sind eigentlich nicht doll schwer jetzt immer so zu identifizieren. Erkennt man, will er, will er oder nicht. Will er treiben oder will er nicht. Und am besten erkennt man es an neuen Hochs oder an neuen Tiefs. Wenn zum Beispiel so eine 900 gekauft wird, dann wäre das ja eigentlich ein Verkaufssignal. Nimmt er dieses Verkaufssignal, tritt er das aber um und spuckt es nach oben, dann ist das stärker. Andersrum macht er ein neues hoch und drückt sich direkt in rote Stundenkerzen und kleinen Abverkauf rein. Dann ist das schon wieder Bewegungsschwäche und die entdeckt sich dann in der Regel nach unten. Wir können uns, denke ich, an 940, 940 gut orientieren. 940, 950, also ich denke, das sollte zum Dienstag jetzt eine gute Basis sein. Und wie gesagt, unten 850, 780 und oben, ja dann soll halt bis 1620, 1665 und vielleicht auch schon 161, 20 laufen. Die sind alle erreichbar. Zum Dienstag bekommt er von mir einen leichten Vorteil nach oben, aber er hat auch am Vortag einen leichten Vorteil nach unten gehabt. Muss das halt auch annehmen. Nimmt er das nicht an, wissen wir Bescheid, können wir uns in die andere Richtung richten. So, ich weiß, dass trotz, dass ich das Video so ausgeführt habe, während es dir wieder Kommentare kommen in die Richtung, du hast es in die falsche Richtung angesagt, ist mir dann auch egal. Ich glaube, die, die es verstanden haben, die haben es verstanden und ich hatte den, ja, muss ich glaube nicht so akzeptieren. Aber ich kann es nicht anders erklären, ich kann es nicht anders erklären und ich kann halt auch nicht ändern. Ich kann, ich kann vielleicht privat mal einen All-in-Short oder einen All-in-Long reinlegen, dass er in die andere Richtung dann rennt. Da könnte ich vielleicht beihelfen, aber ich kann ansonsten den hier nicht aus seiner Verstachung rauslösen, die er da seit Tagen, Wochen eben tat. Aber wie gesagt, wir haben wunderbare Wochen vor uns, wir haben wunderbare Ausgangslage. Die Bollinger-Bänder, die stehen so schön eng, also das ist so eine schöne Ausgangslage. Deswegen sollte man auch aufpassen, ne, wenn der oben rausgeht, der kann halt auch echt laufen. Wir sind so eng in den Bollinger-Bänden, das ist wie hier halt, ne. Also wenn der oben rausgeht, der kann halt auch laufen. Es passt für mich überhaupt nicht in den Kalender rein, dass der oben rauslaufen sollte. Ja, ich hätte, wir würden eher unten raussehen, aber wenn er oben rausläuft, dann läuft er oben raus. Und solange das dann da nicht ausgekontert wird, lasst man halt, lasst man halt laufen, das soll er halt laufen. Da geht das weiter, was ich schon vor Wochen, was ich schon seit Monaten erzähle. Ich sehe ihn unten raus, ich würde auch Shorts favorisieren, habe aber nach wie vor einfach keine Signale dafür und würde deswegen auch, wenn er oben rausgeht, kurzfristig einfach Long-Positionen, stückchenweise einfach von Etage zu Etage mitgehen. Ja, gut, aber ihr kennt das alle, ihr habt das auch schon zigtausend Mal gehört und ich sehe auch, dass einige das gut angewandt bekommen und dass die auch neutral rangehen, dass sie früh gucken, also das passt schon. Aber es gibt halt einige, die spielen halt immer so Suppenkasper oder Klassenclown und wollen halt einfach zeigen, dass sie es nicht verstehen wollen oder kennen. So, joa, was kann ich euch noch mitgeben? Naja, kann euch nichts weiter mitgeben. Wir haben über alles gesprochen. Viel Glück kann ich euch wünschen. Drücke euch die Daumen, dass ihr euch ein paar gute Punkte rausgezogen bekommt und ansonsten, ja, muss uns noch ein bisschen gedulden, bis hier der Knoten richtig platzt halt. Aber es ist so eng, wie die Bänder sind und das vor dem Septemberverfall, da kommt nochmal Bewegung rein. Da kommt nochmal richtig Bewegung rein, der steht hier. Also den haben wir mal oben oder unten 500 Punkte weggesehen vom Dünniveau in den nächsten Wochen. Und das, das denke ich schon. Also das, 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 ne, das, ne, ne, der kommt hier raus noch. Das macht er bestimmt. Gut, Freunde, ich mache aus. Ich wünsche euch was. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020